Als Neuzugang in der Testwagenflotte verfüge ich das heute über den DS7 Crossback von Citroën. DS ist die seit 2015 wieder aufgelebte Luxusmarke des Konzerns. Mit einer Höhe von fast 1,63 Meter sowie einer Länge von nahezu 4,60 Meter verkörperte DS7 Crossback typische SUV-Abmessungen. Einen soliden Überblick und einen bequemen Zustieg. Nicht Traktion und Allradantrieb stellt DS in den Vordergrund, sondern Design, Materialauswahl, Verarbeitung und Finish bis ins Detail. Auf der Haben-Seite der Sicherheitsfeatures punktet bereits die Einstiegsversion Chic mit einem Aufmerksamkeitsassistenten, einem Spurverlassenswarner und einer Verkehrszeichenerkennung. Höherwertige Ausstattung bietet eine aktive Federung, die mittels einer Kamera in der Windschutzscheibe, Fahrbahnunebenheiten und damit einhergehende Fahrzeugbewegungen erfasst und die Fahrwerksfederung darauf einstellt. Das nennt man DS Active Scan Suspension. Nicht nur vorausfahrende Fahrzeuge oder zu geringe Abstände werden erfasst, nein, mit einer Infrarotkamera im Kühlergrill werden Fußgänger und Tiere in bis zu 100 Meter Erfernung erfasst und als riesiges Display wiedergegeben. Der Fahrzeuginnenraum strahlt Wurfelambiente auf ganz hohem Niveau aus und empfängt bis zu 5 Paragiere und bis zu 550 Liter Gepäck in angenehmer und ausgesuchter Atmosphäre. Mein DS7 Crossback ist motorisiert mit einem akustisch vollkommen unauffälligen Vierzylinder-Benziner. Aus einem Hubraum von nur 1,6 Liter schöpft er dank Turbo eine Leistung von 165 kW, 225 PS. Die 300 Nm Drehmoment stehen bereits bei 1900 Kurbelwellenumdrehungen zur Verfügung und haben mit der sehr harmonisch abgestuften 8-Gang-Wandlerkupplung leichtes Spiel und lassen den Crossback bedarfweise auch deutlich schneller als 200 kmh rennen, um es genau zu sagen sogar 236.